Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Potterlander. Eine ganz ganz kurze und spontane Abendrunde am Kecheller Heideseen. Absoluter Klassiker. Hier komme ich immer wieder sehr sehr gerne zurück und ich weiß nicht wie viel mal ich diesen schon umrundet habe und immer wieder entdeckst du was Neues. Also jetzt erstmal genießen. Auf geht's! Soh, 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 soh. Soh, 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 soh. Soh, soh. Soh, soh. Soh, soh, soh. Soh, soh. Untertitelung. BR 2018 Der Heidesee in Bottrop-Kirch-Hellen. Wer kennt ihn nicht? Ja, hat man sonst noch etwas verpasst. Ein einmaliges Naturschutzgebiet hier mit einer beeindruckenden Flora und Fauna und ich wundere mich immer wieder, dass das hier so unsagbar grün und dicht bewachsen ist. Vor vielen, vielen Jahrzehnten bin ich hier mit dem Mountainbike immer hergefahren. Da sah das alles noch ganz, ganz anders aus. Ja, jetzt ist tatsächlich die Vegetation so üppig, dass man streckenweise echt Mühe hat, da noch den Weg sich in Erinnerung zu rufen. Abgesehen davon sind auch hier nicht unerhebliche Waldschäden erkennbar, immer noch vom Pfingststurm Ela wohl. Musik Naturschutzgebiet, Freunde, hin oder her. Ich glaube, ich habe eben einen mobilen Blutspendedienst gespielt hier für so diverseste Insekten. Boah, ja, egal, was man für ein paar schöne Bilder und tolle Momente nicht alles tut. Also in diesem Sinne fahrt auch mal wieder vorbei. Heidesee, kennt ihr ja, dreht einfach nochmal eine Runde, immer wieder schön. Das ist herrlich grün hier, toll entspannend und ist auch eine kurze Runde, hast du auch locker mal in einer Dreiviertelstunde hier vom Parkplatz aus absolviert. Macht es gut, bleibt gesund, vergesst da rausgehen nicht. Bis bald, ruhiges Wochenende, euer Schrömi von Pottananda. Ciao.